Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Videoblog zum Thema Cargo, der geniale Organiser für Büroprofis, Handwerker und Aufraummuffel, egal ob privat oder im Geschäft. Mit dem Cargo behalten Sie alles Wichtige im Blick, egal ob Schreibzüge, Trinkflaschen oder auch elektronisches Equipment. Alles leicht zugänglich und ihr seid griffbereit. Gemacht aus recycelndem PET mit einer tollen Filzstruktur, vereinten Cargo Umweltbewusstsein mit einem ästhetischen Design und das komplett giftstofffrei. Unser Cargo gibt es in drei verschiedenen Grösse, S, L und dieser im M. Für die, die es etwas robuster brauchen, gäbe es auch noch den Fatboy. Jeder von ihnen gibt es in über 30 verschiedenen Farben, ganz nach eurem Geschmack. Cargo ist euch ein mobiles Büro, egal ob für Desk-Sharing, zu Hause oder für den täglichen Gebrauch. Cargo ist so clever konzipiert, dass in seinen Fächer jenes Büromaterial vom kleinen Ratiergummi bis zur grossen Tastatur Platz findet und somit auch direkt, ob stehend oder liegend, auf dem Schreibtisch für Ordnung sorgt. Der Cargo ist super einfach und mega schnell zusammengesetzt. Ihr braucht nicht mal Werkzeuge oder Kleber dazu. Wenn auch Sie einen toll organisierten Alltagsbegleiter wollen, dann stellen Sie noch heute in unserem Onlineshop www.belltun.ch www.belltun.ch, eure persönliche Gargo.